Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Hier nun die Auslosung der Gewinne von allen Kommentaren, die unter das Video bei YouTube, bei Facebook oder aber auch bei Instagram gepostet wurden. Alle Namen kamen in die Losbox und meine Tochter hat dann die vier Gewinner herausgezogen. Die vier Gewinner bitte ich dann eine E-Mail an mich zu schreiben an die Adresse service-at-waschmaschine-kaputt.com und mir dort die Adresse mitzuteilen. Dann würde ich die Pakete fertig machen und an euch rausschicken. Den ersten Platz hat die Turtel belegt, den zweiten Platz Sebastian W. Den dritten Platz Tim Olstedt und den vierten Platz Lidlek. Wie gesagt, schreibt mir bitte innerhalb einer Woche eine E-Mail mit eurer Adresse. Am besten oben in dem Betreff Gewinn und natürlich auch euren Namen dazu und dann sende ich euch die Pakete zu. Für weitere Hilfe und Infos besucht einfach meine Homepage www.waschmaschine-kaputt.com Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.